This is your brain on drugs Auf der neuen Consulate Map Das erste Rank Game in der neuen Season Auf dem Consulate Rework Ich hab richtig Bock Keiner kennt sich aus Wir zocken zusammen mit Bosser und Lugi Hello Ghost Rider ist dabei Und Frittenfett ist dabei Ghost Rider Oh was Das ist aber nicht der Ghost Rider oder? Ghost Rider Das ist er Das ist er Das ist er Verpisst euch Verpisst dich aus meinem Game Spielst du im Dixi oder was ist los bei dir? Alles klar Ghost Rider hier Digger ich dachte das wär jetzt echt Das ist einfach nur irgendein Dude der einfach so heißt Das heißt der Ghost Rider alter Der einzig wahre Digger Kleiner Ganove Der unverwechselbare Ghost Rider Welche Wand machen wir jetzt zu? Ah hier ist die Bombe Digger ich hab keinen Plan hier Ich weiß Ich weiß nix von nix Digger weiß nicht mehr wie er heißt Schwierig Weiß nicht mehr wie er heißt Weiß nicht mehr wie Ghost Rider heißt Wir haben noch neue Verstärkung Wir haben noch neue Verstärkungen Was macht hier Sinn? Hä das müssen wir noch hier zu machen Leute den Film müssen wir zu machen Das ist außen Jäger Gadget in Ja die pushen schon ey Warte auf Ja weil das zu lange gedauert hat Ich hab gesehen neue Verstärkungen Niemand macht was Ich hab vier Stücke Ja hier sind die Weg 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 Hier Nein Nein Loll Ey Das Rastor aus der letzten Runde Richtig schlecht war ne Ey Ich hab das live aufband Wacke beim Fenster Was denn? Wie du um die Ecke nachladen kommst Ich markier sie sogar Und du einfach weiter nachledst Soll ich wissen dass das da Direkt offen ist? Achst du dicker Eier Drei zwei Alter Schwede Das war so schlecht ey Ich muss bitte rausschneiden Bitte Aber man muss auch sagen Auf ner Map wo sich keiner auskennt Ist das mit dem einfach nur Richtig rein pushen Klau Auch gar nicht so dumm Ja ist richtig smart sogar Hier ist noch einer Oh da Wo? Ja da 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 Ja eins da ping hier Also unten Unten Der soll mal in meine Trap reinlaufen Der kleine Ich hab da unten auch ganz viele Traps Ja da kommt Spiral Wir können sowas hochschmeißen Spiral Spiral Aber wo ist die Tür dazu Spiral Ist da? Äh Hier Spiral Ich hab oben aber bevor er in die Tür reingeht Ist da noch ne Trap Warte Irgendwo Da ist noch ne Trap Wird von hier drüben gedraunt Wird von hier drüben gedraunt Wird von hier drüben gedraunt Ja ja Er ist weg Schön Letzter Yellow 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 Von hier Na grad 70 Die ganzen Taktik sind halt weg ist ne Digga wir hatten die Taktik Ist alles weg Äh Er klar hatten wir Taktik Ich weiß keine Profi Taktik Das will ich nicht sagen Aber Wir hatten schon so ein bisschen ne Ahnung was man machen kann Ich hab kein Plan was ich wo ich hingehen soll überhaupt Also Yellow sollte man auch immer zumachen finde ich Da kann man ja auch einfach reingehen Hier kann man auch zumachen Gibt's hier Hedges? Gibt's hier Hedges? Gibt's hier Hedges? Okay Ich glaub ich die Hedges gibt's hier eine Markier mal irgendwelche Hedges Warte Eine Drohne hab ich zerstört Ey hier ist keine Ich hab hier eine Hedges gefunden Ich hab hier eine Hedges gefunden Also wir haben ja eigentlich schon so ein bisschen gespielt ne aber So richtig Ah hier ist Piano Okay Hier ist noch ne Hedges Ey was machst du? Ne noch nicht Rotation Sind wir verstanden? Rotation Rotation Eine Rotation Wo denn? Hier drüben Warte Bleib jetzt oben Kleinen kleinen Schwanzraum Hallo kleine Schwanzraum Hallo Ist ja cool hier Bavera auch da hinten Ne Nugi du kleine Nudel Was hab ich hier schon gehört? Ne Oster Tod Oster Tod Okay Ich hab erst verstanden Großer Turm Ah Da kommt noch einer Wo von wo? Megascheiß Oster Tod Ist keiner mehr unten Wo ist hier die Treppe Mann? Da war noch einer Outside A Outside A Scheiße B wird gedrohen Magen von der gleichen Richtung Wir sind schon on spot Auf B Auf A Auf A Auf A Auf A Auf A Plantet noch Plantet noch Nein 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 Wo? In der Hälfte Hinter der Küche Yellow Ah Da in der Ecke Ey da geh ich rum Da kommen die alle von vorne Alter Das kann doch nicht mal ernst sein Alle von unten Aber beide sind alle durch die Hedge gekommen Das kann nicht sein Alle alter Doch Okay dann hab ich keine Ahnung die Hedge Die bei Archives die Hedge Weißt du wo du bei Server unterspringst auf der Seite Achso da hinten Boah Ja Meinst die gehen da nochmal hin? Lass das Oh die haben aber auch zwei Dudes und ein 200er Pin Und der Seas Rocko hat mich geholt ey Dieser Lachslutscher Lass das mal wieder nicht zumachen Vielleicht gehen die da wieder da rein Dann werde ich da jetzt meinen Hintern richtig rein pegen Sollen wir die Wand denn auflassen? Ja es wird über Man könnte überlegen die eine Wand offen zu lassen Hier bei der Küche Wobei vielleicht über die andere Warte hier warte Hier so Hier Das war so Dann gibts nicht ganz so einen langen Winkel Warte mal hier das war auch offen Das passt dann auch ganz gut Na ok ok ja Hier was ist denn hier? Machst man hier auch irgendwas auf? Mhm 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 Wo war jetzt die Hedge? Hier die Da will ich hin Wie komm ich da hin? Äh Wo ist hier die Treppe? Ja wo ist hier die Treppe Brudi? Mach die zu ne? Raus und nach rechts Mach die Hedge zu Ich wurde schon direkt wieder gescannt Die sollst du doch auflassen Brudi Achso hör zu spät Hey Ich dachte da war nicht zu Nein damit die da wieder rein gehen Da wollte ich jetzt mal Oh Good job Nogi Gucken wir Gucken wir Gucken wir Gucken wir mal die noch Dann müssen wir sich diesmal einen anderen Weg suchen Hier eigentlich wahrscheinlich ne Hä? Hä? Achso Ich hab die breachen Oh die breachen Wir haben gebreached Wir haben gebreached Wir haben gebreached Tots Tot sehr schön Schicks Finland Oder oder? Nee. Was war das da? Was war das tot? Okay. Outside yellow immer noch. Oh was war? Wo ist die? Was war das? Ja, los. Was war das? Ja. Links am Breach. Outside noch 70. Zumindest noch 2 von Breach. Die Blätten ne? Die Blätten, die Blätten. Tot. Tot? Ich glaube, Spiral. Spiral. Hier, hier, hier. Spiral. Na! Was? Spiral immer noch. Da haben wir her. Ja! Kavera Sneaker! Das ist echt geil, Alter. Ich bin komplett verwirrt. Aber ich find's hier richtig cool. Ja, viele Stimmen haben ja gesagt, dass es zu viele Räume gibt. Also wir haben auch sehr viele kritische Stimmen in der Community gehabt. Ja, es sind schon echt scheiß viele Räume, Alter. Es würde auch mega Sinn machen, hier viel Pumpgun zu zocken. Hm. Weil du sehr viele, sehr viele kurze Winkel hast. Boah. Boah, ich hab echt keine Ahnung. Ich hab' da schon Ahnung, wie ihr angreiftet. Ja, äh, Office hier. Nö, noch nicht so gar nicht. Ich bin Spotted by Scan, umspawn? Äh, Outside Cam. Wo das denn? Ja, wird es sich umspawn gescannt werden können? Achso, okay. Das ist ein bisschen... ...wild, glaube ich. Geht die da unten rein? Ja, würde ich gerne. Nein, meine Drohne fällt wieder raus, Alter. Hier ist ein Elevay-Klon, da hatte ich hier zwei Steps, aber das müsste eigentlich gehen. Schön, schön, ich weiß nicht, ob ich den gehört habe. Das ist doch vollkommen falsch, ne? Hat der irgendwie Calls oder so? Ich bin nicht bei dir! Nein! Nein, ich hab wieder! Nein! Okay, tot! Wow! Einen hab ich! Nice! Noch einer, noch einer! Der hat mich gepusht! Er hat mich gepusht! 1-1! Schade! Ach, come on! Der pusht dann weiter eiskalt, ey! Ich dachte, der geht zurück auf den Spot! Ja, die ist richtig am Jagen gewesen, ey! Aber ich kann sie ja machen, weil wir keine Ahnung haben, ey! Ey! Ich bin ganz zufrieden bei mir! Echt? Ja! Also... Die erste Runde war wirklich... Kaiser! Oh, Cabera! Aber die haben wir sogar gewonnen! Aber danach war eigentlich alles ganz okay bei mir! Okay, wenn du das sagst! Bei mir war 100% Schmutz! Warum liegen hier Casinochips auf dem Boden? Okay, die haben, wie gesagt, Cabera, ne? Da müssen wir vielleicht oben reingehen und uns dann nach unten worken und twerken! Wo sind denn die scheiß Spirals, der ist, ey! Ah, hier! Hier will ich reingehen eigentlich! Das Fenster! Kann ich ja einen Call geben, wenn du willst! Also ich habe gehört, dass es hier wohl keine Peak-Out-Spots mehr gibt, aber... Naja, die Toilette hier! Ich weiß nicht, wie sehr ich diesen... Dieser Info vertrauen soll, ich bekommen habe! Irgendwas hängt da auf jeden Fall dran! Wenn du einen Call brauchst, Dico, ne? Gib mir Bescheid! Ich bin spotted by Scan! Da! Da ist das Ding! Okay, let's go! Ach, links oder rechts! Nicht in der Mitte! Links oder rechts! Das ist scheißegal, Dic! Nein! Das wird doch zerstört! Call bitte! Und sag Bescheid, wenn du durch bist! Calling! Drei! Zwei! Nein! Nein! Bist durch! Ah! Boah, war mein AIM scheiße! Hier ist eine Arone hinterm Schild! Alter, war das scheiße! Alter, f***! Scheiße! Hier ist der Dock! Hier ist der Dock! Ich bin jetzt mal runter für dich von oben! Wer ist bei diesem gelben? Wenn du gleich nochmal anrufen, wenn du willst! Cavera lebt ja noch! Gelber Kreisel hier! Bescheid, wenn du noch einen Call brauchst, ne? Ich warte gerade auf Cavera! Okay, wir fahren! Calling! Können wir pushen! Andere Side! Durch die Wand! Alle Yellow! Das war die Cavera, glaub ich, ne? Alter! Wo war die Cavera? Wo ist die Cavera? Oh, im Yellow, glaub ich! Keine Ahnung! Okay! Cavera haben wir immer noch! Oh, voll falsch geliebt! Not sure, aber ich glaube Yellow! Ich glaube Yellow! Ich glaube Yellow! Dann pelaten wir doch die Scheiße weg, oder nicht? Scannen doch mal die Handys! Scannen doch mal die Handys! Hacking Handy! Oh, hier! Irgendwas höre ich oben! Ich sehe nichts! Was, dass sich die Cavera die ganze Zeit so versteckt hat, oder? Wo kommt die Olle? Ich finde ich den Weg nicht! Nein! Rett zu meinem Arsch! Marvin, rett zu meinem Arsch! Ich bin nicht sterben! Ich bin nicht sterben, Marvin! Oh! Ich bin abgerauen! Ich habe sie geblendet für dich! Irgendwann hat sie mich nicht geblendet! Ich habe mich so rumgesprayt hatte! Ich bin eiskalt weggerannt, ey! Flash Grenade und bin weggerannt! Ciao! Ich sehe das so! Er schmeißt dieses Flash Grenade und dreht sich eiskalt um und rennt weg! Alter! Was zum Fick, ey! Oh, Mann, ey! Dann machen wir die gleiche Scheiße nochmal! Ich gehe komplett oben rein und dann arbeiten wir uns von oben nach unten! War ja gerade schon mal ganz gut! Digga aber, dass ich meinen ersten Encounter beim Reingehen überlebt habe, das war auch ein Wunder! So, jetzt hat dieser Chirocco einfach noch einen schlechteren Encounter als ich, ey! Ja, das ist doch ein letzter bei dir, ne! Aber der hat doch einen 300er Ping, ey! WTF, ey! Ich habe richtig eingestuhlt, ey! Oh, das ist auch schon wieder jemand! Ist das wieder Caveira? Aber! Ich glaube, Grimm hätte zur Wahl auch noch Claymores! Und ich glaube, Claymores fände ich tatsächlich auf der Natur besser! Ich arbeite ja auch mit dem Breaching-Gadget, aber genutzt habe ich es noch nicht! Oh! Der Docker bei mir! Wenn du einen Anrufsvorski bescheid, ne? Dock on Ping! Okay, meine Drohne ist selber weg! Soll ich anrufen? Dock tot! Oh, Dock ist tot! Sehr schön, sehr schön! Crawling! Hast du gecallt? Ja, 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 hab ich! Ey, das ist ja wieder... Ich höre nichts! Ich bin wieder Spyira, Marvin! Fenrir bei mir! Das ist doch wieder hin zu pushen! Clash! Ah! Warte mal! Ey, Digga! Das Timing! War Mai auf 30 HP? War Mai auf 30 HP? Dann würde ich glaube ich Yellow pushen! Ist irgendwer Yellow? Der Clash steht bei Yellow, aber steht vom Breach! Also könnte es leicht surprising bei Yellow kommen und die Clash ficken! Wo war er hier? Ne, unten! Der war Mai! War Mai war unten! Achso! Achso! Ich bin schon Spyira, der ist runter! Könntest du mir bei Spyira, der ist oben eine Drohne stehen lassen? Guck mal, ob irgendwer von hinten kommt! Du musst dich ein bisschen beeilen! Clash ist tot! Calling! Wo ist er mit dem Schild? Ja, Cam habe ich! Links ist der mal reingegangen! Nein! Wieso wusste er das? Ich habe die ganze Zeit da oben hingeschaut! Was ist das jetzt? Die Gift Scheiße? Ist das jetzt Proximity Kacke? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt! Ich denke, ich habe das gehört, dass du die Cam kaputt geschossen hast! Oh! Mein Nuss! Oh! Auch noch Verlängerung bei so einer Chemie-Mutz-Runde! Ey! Oh! Fick mich! Es kamen ja zwei Leute! Du hast ja auf einen langen Gun wurdest du ja gedingst und von Wamai aus der Kitchen! Nein! Da oben! Aber Asami, Digga! Muss einfach mal Asami-Bande! Digga! Muss einfach mal Asami-Bande! Muss einfach mal Asami-Bande! Digga! Die ist schon sehr, sehr strong! Oh! Das Ding ist, Salami, sie geht dir einfach immer auf den Sack! Egal! Sobald du gegen sie spielst, geht sie auf den Sack! Äh! Einen Drawn-Ski habe ich! Zwei Drawn-Ski habe ich! Kann irgendwer diese eine wichtige Wand renforcen, Marvin? Nein! Nein! Ich bin weg! Ich mach überhaupt nichts mehr! Äh! Schön dich im Team zu haben! Geil! Oder? Lohnend! Ja! Ich mach Top-Spirals zu! Ich mach eben gucken, ob die scheiß Wand schon reinforced ist! Ist für mich ne Forst! Ist für mich ne Forst! Wo seh ich denn jetzt hin? Ist da jetzt schon einer lang gegangen? Ja, ich glaube hier... Wirst du erst hochkommen? Deko? Hat er dich? Geht schon vor dem Raum! Jana ist schon auf Spot! Jana ist schon auf Spot! Scheiße! Hey! Hey! Ist doch gut! Oben! Jana! Jana ist tot! Digga! Nein! Fick mich einfach, ey! So ne Schmutzrunde, alter! Ja! Intrigation! Geht, 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 geht! Bam! Boah! Boah! Wo ist der andere? Ja, war ja! Ja! Integration! Yeah! Boom! Oh, sehr schön! Nehme ich auf? Ja! Sehr gut! Oh! Ja, komm mal runter! Wo ist das? Alter! Raus! Ich bin mit sechst Hilfspollister! Ja gut, die Runde haben wir ziemlich gut gesaved hier! Ey, aber die Iana, ne? Aber ich hab ja so gesagt, die ist on stairs, oder? Ja, du hast gesagt, auf stairs, aber sie stand schon am Raum! Also sie stand schon quasi in der Tür in den Raum! Okay! Hab einmal kurz zur Tür geguckt und war tot! Ich hab auch schon gehört, dass sie gereinforced hat, deswegen wusste ich, wo ich stehe! Ey, die Füße liegt bei mir! Äh, das ist, das ist Win! Die hängt da am Window! Wo hängt die am Window? Ach stimmt, hier! Auf der Westside! Kommt rein! Schön! Von Zul Office Window! Sehr schön! Das war aber richtig gejolot von ihr! Alter! Der, der Valkyrie-Skin! Ey, warum ist der Skin so animiert? Was ist das für einer? Äh, irgendein Battle Pass-Skin vor zwei, drei Seasons oder so! Ey, ich mag die Map, Alter! Ich auch, aber ich mag die Runde nicht! Dronski! Auf Schießki! Dronski! Ich hör den Drucker! Aber ich hier auch, definitiv, Mann! Ich bin oben, ne, Leute! Fenrir Administration Station Office! Ah, hier, hier! Asami! Fenrir Administration! Fenrir Administration! Ich versuche, ich versuche, mich abzulenken! Ja, gut Job! Ja, gut Job! Push! Die! Ja, ich druid vor! Einer ist an dem Haul! Der Drohne ist weg! Hat'n Hift! Hier, Asami! Asami! Asami? Nein! Digga, was für einen geiler Headshot, ey! Kann man, kann man die Eier retten? Ja, ja, ich habe es versucht, aber die Asami stand da doch! Das blöd im Winkel! Asami, nur noch Asami, okay! Oh, sehr schön! Schön! Good job! Digga, zwei schöne Kills gemacht, Digga! Der, der Doc war einfach tot, bevor er realisiert hat, dass er gelebt hat, ey! Oh, ja zum Glück mit, ja wir haben ein bisschen gepusht Ja, lief doch, Digga Ja, ihr habt gut abgelenkt auf der anderen Seite Mit Ghost Rider und ich, wir konnten dann von hinten Quasi gut Action machen Haben wir schön auf zwei Seiten verteilt Digga, mit 8 Kills Voll jetzt Wie hat's hinten das gemacht mit 4 Kills einfach, Alter Lief bei ihm, Digga Lief bei ihm Aber sehr schönes Game Endlich mal das erste Rank Game Ich glaube, das vierte oder fünfte Game heute Das wir gezockt haben dieses Season Und endlich mal auf der neuen Web Consulate Hat mir echt Spaß gemacht, find ich cool Was sagt ihr zu neuen Web Muchachos? Wir haben außerdem wieder ein bisschen Grimm Gameplay gesehen Werde ich echt neuer Grimm Main In die Kommentare, was sagt ihr? Außerdem natürlich, ne, mit einem geilen Kommentar Und einen Daumen nach oben könnt ihr uns kostenfrei supporten Nicht kostenfrei, aber sehr günstig sind Games Auf Instant Gaming, außerdem gerne die Merch auschecken Und Triebwerk und Küsschen geht raus Vielen Support, bis zum nächsten Mal hängen Ciao, ciao Hör doch auf hier rum zu wackeln Hast du ja überhaupt da rein, oder was? Nö Digga, wo bist du? Der im Arschloch, Alter Das Ziel ist drinne Hallo Das Ziel ist drinne 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 Das Ziel ist drinne